Stell dir vor, du müsstest mit deinem Fahrzeug diese Rampe runterkommen und es kommen einfach Flugzeuge entgegen. Wir müssen dann probieren, bis zum letzten geheimen Fahrzeug zu kommen und dann mit den Aliens mitgenommen zu werden. Schau bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Los geht's! Ey Brox, weißt du was? Diese Rampe sollen wir nur 0,001% der Spieler schaffen. Was, Alter? It's up, okay. Weil die Leute geben am Ende auf, lass das Ding. Gut, okay, aber wir werden ja nicht aufgeben, ne? Bro, ihr werdet aufhängig. Ich bin die Liva-Rakete hier. Oh mein Gott! Oh, okay. Was? Das sind Ufos, checkt ihr, was ich meine. Das sind echt Ufos. Oh nein! Oh, ey. Ich sag nur so, ich bin runtergefallen. Ich bin absolut draußen. Ich fall auch, glaube ich, gerade runter, Liga. Oh nein! Nein, bitte nicht! Ich bin explodiert. Darf ich euch mal was sagen? Kleinen Special-Trick bei der Dings hier. Ihr müsst die Rampe schaffen, ansonsten kommen hier die Super-Aliens. Ich weiß, Alter, die kommen alle am Start. Wer fliegt denn da wieder runter? Bro, das ist ja voll einfach, die Rampe, Leute. Aber die Aliens wollen uns später angreifen. Das Ding ist, wir kriegen ja leider noch andere Fahrzeuge. Oh Gott. Oh, vorsichtig. Ihr macht da wieder die Backflips unten. Nein! Guck mal hier. Oh Gott, es ist wirklich an, hier seh ich. Ich bin einfach um Bayblade. Ich bin auch Bayblade. Mit Kontrolle. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich hab mich grad durchgemogelt. Ich bin Platz 1, Junge. Checkst du das nicht? Ich bin grad reingeflogen, Alter. Ich sag's dir. Oh, die UFOs, ne? Ey, Leute, Brox hat einfach nur Crash-Dummy-Code runterhast. Jega, ohne Spaß. Ey, man muss aufpassen hier, dass die Schiffe hier eigentlich angreift. Diese UFOs machen. Oh, UFO schießt auf mich. UFO schießt auf mich. Oh Gott, was haben wir denn jetzt für ein kleines Auto, Alter? So ein Mr. Bean-Auto. Nein. Ich kann gar nicht fliegen. Wie soll ich das denn schaffen? Was machst du denn, Liga? Oha! Oha! Ich bin erster, ich bin erster. Ne, ne, du bist grad einfach weit weggeflogen. Nein, 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 ich bin erster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, einfach FF, Bruder. Ja, aber David ist locker. Ich fliege straight drunter. Ich fliege immer runter. Nein. Er explodiert gleich locker. Nein, ich bin auf der Reifen gelandet, Bruder. Ich bin explodiert, Bruder. Scheiße. Ja, ich muss fremd sich, muss fremd sich im Ohr. Nein, 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 nein. Nein! Ja, ja! Das kann doch nicht sein, Alter. Rocks down? Nein. Ich bin doch am Leben, Jungs. Ja, du bist so schnell. Pass auf, wie ein Render runter. Ja, ja, ist... Hä? Ich mach hier Crash-Darm runter. Oh, er wird gleich explodieren, ich sag's dir. Oh mein Gott, ich bin perfekt gelandet, ne? Nein! Ich falle am Ende. Ja! Nein, ich bleib hängen bei den Dingern. Ich werd so safe explodieren. Ja, ich hoffe, du wirst explodieren. Nein! Schlau runterfahren. Oh, 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 oh. Oh, das ist gar nicht gut grad. Ich fahr einfach mit einem Mini-Panzer runter. Ja, ja. Wie? Ja, das ist ein Panzer, der kleine, gelbe Wagen. Wieso? Panzer? Nein! Nein, ey, waa... Nein, ich fahr schon wieder kurz davor runter, Alter. Ja, ich grad auch. Ey, kein Wunder, dass wir es nur 0,01% schaffen, Alter. Ey, das ist... Aber hier, jetzt mach ich, Leute, ein bisschen hier. Kontrolliert, runterfahren. So, was Ding ist, glaubst du, es kommen gleich diese Aliens aus diesen UFOs raus, ne? Es wäre doch schade, wenn ihr in der Luft... Oh mein Gott! Alter, das fühlt sich. Oh mein Gott. Ey, das Ding ist... Ich fahr grad unten. Au, 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 auf, Digga. Ich glaub, ne, wenn wir halt alle Fahrzeuge freigeschaltet haben, kommen da halt echt Aliens raus, Digga. Die werden dann Mürkan holen. Oh, Leute, wollen wir uns die Aliens holen? Das ist ja wirklich geil. Oh nein, bitte nicht. Guck mal, ich mach Frontflip, Frontflip. Och, ey, das kann doch nicht angehen, Digga. Ich fahr schon wieder runter, Bro. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Also ich sag's dir, das nächste Auto ist... Wow. Ist das schwierig? Ich bin runtergefallen und Mürkan hat mich weggekickt mit seinem Flugzeug, Junge. Der E-Fail. Alles auf, Digga, alles auf. Das wär ich jetzt auch mal, sei ehrlich. Ich flieg. Wer ist der Rote? Ich bin jetzt... Ich bin der Rote, Digga. Du bist der Rote, Bruder. Hau, 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 hau. Ich bin jetzt schon gerade dreimal runtergefallen, ne? Ich bin... Also die Fragen, die ich hier auch stelle, kann man hier konstruiert runterfahren? Nein, absolut nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte, ich will nicht draufgehen. Nein, ich will nicht draufgehen. Ja, ja. So, Bro, so bist du denn. Oh, mein Gott, Digga. Ich bin grad hier. Bitte lass mich, ich bin grad unten. Ich mach hier irgendwelche Rollen. Komm mal her, Bro, du bist ja ein bisschen auf der... Ah, du bist schon ganz unten, ne? Ja, ich bin jetzt hier gerade, ich hab ein bisschen auf Flugzeug. Aber jetzt werde ich an die Kale holen. Hä? Bro, das war einfach nur... Du kriegst mich doch eh nicht. Wenn du ihn nicht holst, Digga, hol ich ihn. Oh, mein Gott. Wie, ihr holt mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Digga, ich hol ihn jetzt, ich hol ihn jetzt, ich hol ihn jetzt. Oh, nein, Bro, ich hab ein Flügel verloren. Na, du kannst von vorne anfangen. Nein. Ich will, Leute, jetzt hier super attack... Ja. Ey, ich sag's schon, wie es ist, fahr langsam runter, es bringt gar nichts. Bro, ich... Oh, mein Gott. Digga, du hast es halt einfach nicht drauf, Digga, deswegen musst du langsam runter. Bro, ich fall direkt aufs Blaue. Oha. Oha. Schade. Brox, hau ab, du 31er. Digga, pass auf, ich hab jetzt den Trick raus, ne? Pass auf, ich werde jetzt direkt unten sein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist die Mütter-Kamera echt gut, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich schaff's. Bro. Und ich überhole dich noch. No, ich komme jetzt. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Jungs, ich fliege. Ich bin erster. Ich seh dich gar nicht, wo bist du? Ich fliege mega hoch, Digga. Oh, mein Gott, ich fliege. Du bist so weit, um ich seh dich nicht, Mann. Das war die Mütter gewesen, so wie ich das gemacht hab. Ey, haut ab. Haut ab. Ja. Oh, mein Gott. Jo, das war grad so knapp, ne? Oh, mein Gott. Aber jetzt, ich glaub, ich werde nochmal... Ich sag dir ehrlich, der Trick mit dem Flugzeug reinfliegen, volle Geschwindigkeit, das ist am stärksten. Digga, das ist echt, glaub ich, das Ding. Ich hab's jetzt auch grad geschafft. Ich bin jetzt auch direkt hier beim Flugzeug. Also von hinten reinfliegen? Da geh ich nicht. Ja, was du gemacht hast eben, das war schon schlau, Digga. Von hinten reinfliegen. Was ist das hier? Ja, pass auf, Jungs, ne? Wenn ihr jetzt hier runterfliegt, ne? Ich hol euch jetzt. Leute, 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 Leute. Oh, mein Gott, ich hab super Turbo-Mustang. Oh, mein Gott, Digga, ich hol dich jetzt. Ich hol dich jetzt. Nein! Ja, Digga. Wo ist das denn jetzt, oder? Du hast da einfach Tontaubenschießen grad gemacht. Ich hol mir den ersten, während ihr da... Oh, mein... Ich bin direkt explodiert. Hä? Und jetzt komm ich, Digga, jetzt komm ich mit Speed. Ja, ich sag dir echt, oh Gott, du hast die Kontrolle verloren. Oh, mein Gott, du hast die Kontrolle verloren, Digga. Ja, das ist so ein Schrott-Auto. Nein, das ist voll gepanzert, das Auto. Nein, ich bin grad einmal gecrashed. Digga, das ist echt voll gepanzert, ne? Der hat das probiert jetzt auch. Ich hab grad so heftig geholt in der Luft, ne? Jetzt bin ich grad erster, deswegen. Oh, mein Gott. Ich hab so'n Trick, ich hab so'n Trick. Ich hab so'n Trick. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich komm gut nach unten. Ich komm gut auf. Ich bin fast unten, Digga. Oh, mein Gott. Ja, Jungs, ich bin direkt wieder, wieder im Flugzeug. Bist du wieder First Try, oder was? Hä? Und jetzt hol ich euch direkt. Jetzt hol ich euch. Nein! Oh, mein Gott. Und ich bin vorbeigefahren. Okay. Krieg ist offizieller. Oh, mein Gott. Jetzt hab ich, glaub ich, was du was gerade gemacht. Jetzt. Freundschaft, Bro. So können wir vorbei sein, ey. Freundschaft ist jetzt bei mir beendet. Absolut. Wer ist das? Ja, mach's nochmal los. Nein! Nein, Bro. Das kann doch nicht sein, dass du alles triffst, Alter, mit dem Ding. Digga, ich war grad so weit oben. Es ist mökern vor mir. Wie ist das denn? Hey, bist du down gegangen? Ja. Ja, weil er mich reinfickt denn so. Ich bin einfach explodiert, Digga. Ey. Einfach explodiert, alles klar. Ja, okay. Ich lass dich jetzt hier in Ruhe, Digga. Ich lass dich noch mal riskieren, noch mal explodieren. Also, die Leute mit dem Flugzeug, ihr könnt mich gerne rammen, dieses Mal. Okay. Oha, er hat ein richtig krasses Auto, ne? Was hat der denn? Oder? Nein, Quatsch. Jo, was denn das für ein Ding, Alter? Es ist einfach. So ein Wastelander. Nein, dieser Panzer da, oder was? Okay, pass auf, Mökhan. Pass auf, du hast jetzt grad falsch gemacht, ne? Einfach? Ich komme jetzt mit richtig Speed. Oha, oha, oha. Bro, ich hole dich jetzt ein, Digga. Ich hole dich jetzt ein. Ich hole dich jetzt ein. So oder so runter, glaube ich. Ne, doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, pass auf. Pass auf, ich bin jetzt zu heftig. Ich werde mich rechnen bei euch. Wir können jetzt mal vorne anfangen. Sag ich, was du willst. Bro, ramme dich ruhig, Digga. Ich muss mich lang. Ramm mich ruhig mit deinem Flugzeug. Ich werde dich dreimal zerstören. Ohohohoho. Was ist da los? Oh mein Gott. Eimer aus dem Leben genommen, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Ey, ich habe keine Chance gegen das. Nein. Der Dreck hinter mir, ne? Ich wollte dich grad runter rammen. Ey, ihr seid wieder first fly runter gekommen, ne? Direkt, ja. Ey, das Ding war zu einfach. Kann das sein? Der Wastelander hat sich irgendwie die ganze Zeit kontrolliert. Ich weiß auch nicht, was das war. Ja, weil der so eine krasse Federung hat. Aber ich werde jetzt den Fluganlauf nehmen und dann werde ich euch einholen. Ich lass mich hier. Warte auf, Digga. Ich werde jetzt hier. Ey, es kommen eigentlich noch drei Räder, mit denen ihr runterfahren müsst. Ich muss euch jetzt auf Müllkern fokussieren. Aber der ist grad erster Platz. Na, hä? Bin ich gar nicht. Der darf nicht von den Aliens abgeholt werden. Was war das denn? Ha! Ey, Jungs, ich glaube nicht, was ich hab. Wie soll ich denn damit runter? Das ist Motorrad. Was hast du denn? Ich habe einfach ein Motorrad. Bro, das ist mein Gebiet. Ja. Auf Seite, Junge. Junge, komm mal hin. Jungs, Alter. Und ab jetzt hier. Oh, was? Was? Ey, das kriegt nichts. Ich hab so den Speed genommen, ne? Ey, sag mal kurz rein. Unten. Ich flieg halt direkt rein. Nein! Ich flieg halt direkt rein. Ey, das ist so Cheaten, ne? Machst du diesen Glide-Trick, oder was? Ja, ja, Digga. Ich bin direkt reingeflogen. Bro, yes. Mein Gott, ich bin auch straight unten. Nein, 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 nein. Ja, Motorrad ist auch immer easy, wenn du so mega raffst. Soll ich ehrlich? Ja, komm. Oh nein. Bro, fucks. Ey, das kann doch nicht angehen. Nein, 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 nein. Ey, ohne Spaß. Danke, Bro. Bro, es geht nur auf mich. Das ist schade. Bist du draufgegangen? Ja, weil du mich so hochgekickt hast. Was? Was also? Das war unmöglich, was zu machen. Okay, warte mal. Ich darf nicht auf den ganzen Fälle bringen. Ich muss auf Murkern gehen, Leute. Ja, gib Bescheid auf mich. Dann verlierst du nämlich den ersten Platz. Und Murkern dann locker. Oh mein Gott. Ich hab mal was den Wagen von Stani. Guck mal. Den Lambo? Oh. Den Lambo? Ja, den Lambo. Clowns Auto sich geholt, Digga. Boah. Einfach der Dis... Nein! Nicht fall runter, Bro. Tschüss, Leon. Nein, Bro. Ich krieg dir diesen Wastelander nicht runter. Was ist das? Oh mein Gott. Wer ist das denn, Junge? Wer ist das denn? Ey. Ey. So, Brock. Hier. Ey, guck mal, wie meine Clowns Nase eingedrückt ist gerade. Ey, ich... Ich glaub, das Auto ist verflucht. Oh nein. Der Clowns Nase ist verflucht. Ja. Nein, 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 nein. Back with you, Brock. Jetzt ist Krise. Jetzt ist Krise. Ja, ich fahr langsam. Oh, oh. Garnicht gut, Digga. Ich sag dir, weil mein Clowns Auto hat Panzer rum. Das wird das Ding überleben jetzt hier, ne? Hey, das kann... Wenn er jetzt runterkommt, dann fress ich am Besen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Philipp, ich hab eine Mission, Bruder. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Oh, komm, bitte fang dich. Ja. Das gibt's nicht. Ich hab mich gefangen. Ey, wenn ich jetzt nicht runterkomme und dreh's durch, ich muss sie weghegen. Oh, oh. Was? Oh nein. Ich mach die Todesrolle. Ja. Mein Auto. Na, Brock, warte mal ab da. Schnell, 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 schnell. Nein, ist... Okay, er ist drin. Er hat doch diesmal das noch geschafft. Ich bin auch drin, Bruder. Nein. Ey, ihr seid jetzt alle im Flugzeug, ne? Oh, ich bin... Ja. Jawohl, er ist draufgegangen. Wer schießt denn hier? Ne, ne, er ist draufgegangen. Könntest du nicht mit dem Flugzeug fliegen oder was? Pass auf, Digga. Nee, absolut nicht. Ich schnapp dich jetzt mit dem Flugzeug, Philipp. Ey, Bro, fähr auf, bitte scheiße. Ich weich aus, du. Komm noch. Komm noch. Oh, Digga. Komm noch. Oh, nein. Oh, nein. Pass auf, Digga, mit deinem pinken Flugzeug. Ist egal, ich flieg direkt rein, Leute. Ich flieg direkt rein. Ich mach direkt hier den Speed, das Speedboosting. So. Guck mal, weil, guck mal jetzt. Oh mein. Jetzt fällt es ja nämlich runter, Digga. Was ist ein Auto? Bro, ich fall gar nicht runter, ich bin vor dir. Und ich kann jetzt hier richtig, oh Gott, Badmobil. Ja, wow. Geil, Bro. Guck mal, hier. Warte, pass auf, Digga. Ich geh in den Weg. Oh. Guck mal, ich schlieg jetzt aus dem Weg. Oh, Leute. Bro, ich hab Badmobil, Bro. Ich kann boosten noch. Ja, ja, wir können boosten, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Uhuhuhu. Pass auf. So, first try, Motorrad ist easy. Ich komm nicht ohne Bayblade drunter, ich versteh nicht warum. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alter, was? Ich darf nicht essen gehen. Oh mein Gott, nein. Ey, das kann nicht sein, Bro. Oh, ich booste. Ich booste. Ich booste. Nein, nicht explodieren. Oh. Ihr seid zu gut, ich sag euch ehrlich, ihr seid zu gut. Bro, ich will zu diesen Aliens, weißt du? Das ist halt das Ding. Die Aliens, die werden gleich hier mit Geheimoperationen alle auseinandernehmen und dann werde ich Erster werden. Ich werde mich gleich mit den Aliens anfreuen, wenn ich das letzte Fahrzeug habe und dann werden wir dich auffressen. Ey, ich glaube, ich werde jetzt auch direkt mit Fullspeed runtergehen. Ich sag dir absolut nicht. Das ist der Trick. Fullspeed ist der Trick. Aber, mach das ruhig, Digga. Ich komme jetzt hier mit dem Flugzeug entgegen. Na ja, mach doch. Flieg doch, komm. Was ist denn? Ich hab so eine richtige Möhre, ne? Nein. Oh mein Gott. Was hast du denn? Let's go. Ich bin vorab gebounced. Flieg Clownmobil und flieg hier über die Karte. Ey, mein Flugzeug hat Schäden oder sowas gerade. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ja. Welche Schäden, Alter. Hä? Du bist aber auch straight runter geflogen. Ja, klar bin ich straight runter geflogen. Bro, was ist das für ein Fahrzeug, Alter? Nein. Nein. Ja. Ich möge es mir. So viel, Alter. So gut. Das kann doch nicht sein. Oh, ich bin wieder First Try unten. Hä? Als ob, Bro. Ich zeig das auch nicht. Ich krieg irgendeine Möhre. Ich komm jetzt grad hinterher, Digga. Ich sag's dir. Ich schaff's jetzt auch grad, First Try. Hau ab. Leute, diesmal. Ich bin auf dem Motor aufgenommen. Seit wann echt liefst ein Auto, wenn man auf dem Motor drauf aufkommt. Das hab ich noch nie gehört. Das ist das neue Tuning, Alter. Das ist das neue Tuning. Ja, ich glaube auch jetzt aber, Leute. Boah, ich kann dich jetzt grad so holen, ne? Oh mein Gott. Ja. Ey, wie K, der ekelige. Ja, aber kannst du dich auch holen, dann wüsst du nie. Ja, nicht. Das Ding muss halt auf Müllkern gehen, Digga. Der ist halt vor mir. Das ist halt das Problem. Oh, ich hab so Glück gehabt. Ich hab so Glück gehabt. Was kommt jetzt für ein Auto? Sag mal. Einfach Freeround. Wirklich Freeround. Einfach ein Geländewagen. Oh mein Gott, was? Geländewagen, sagst du Freeround? Ja? Bro, ich sag dich, ich hol dich jetzt aber ein. Guck mal, pass auf, ich hol dich jetzt ein. Okay. Ja. Du fliegst aber nicht durch. Du fliegst durch. Bro, was ist das für ein Geländeauto? Ich kenn das gar nicht. Ich auch nicht. Warum hat das rote Reifen? Ja? Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Bro, weißt du was du gemacht hast? Du hast mir so gestriffen und jetzt mein Auto kopfüber gegangen. Das hast du davon. Das hast du davon. Nein, Alter. Und wichtig, ich hab ne freie Fahrt. Bro, wir müssen auf Müllkern gehen. Der ist doch erst mal Platz. Du bist doch genauso weit wie ich. Du gehst nur mit mich. Aber ich hab jetzt so mein Boost Rocket Auto. Okay, okay. Oh mein Gott, ich werde jetzt so runterrocketen. Oh mein Gott, ich bin einfach first try runter. Oh, vorsichtig, Alter. Oh mein Gott. Ey, wenn ich... Kann man direkt... Hau ab. Hau ab. Hau ab. Oh mein Gott. Nein, bist du nicht... Du bist nicht kaputt gegangen. Ja, ich hab Geländewagen, Bro. Was denkst du denn? Okay, okay, okay. Oha, oha. Ganz wichtig ist es gerade gewesen. Oh, ja, okay. Steine fliegt über alles. Ausgewicht. Er fliegt halt echt über alles, ne? So Leute, wir sind unten. Direkt first try wieder. Pass mal auf, Digga. Ich hol euch langsam auf. So, geht's schön geboostet jetzt hier. Ey, ich sag, das geht jetzt so ab. Was? Das ist das Ziel? Was? Nein. Nein. Wie? Hä? Was? Bro, ich war jetzt ins Ziel. Mörgert ist vorbeigeflogen. Wie? Nein, das ist doch noch ein Auto. Ja. Hä? Oder? Hier ist doch noch ein Auto. Bro, ich bin im Ziel. Ich bin im Ziel. Hä, wieso ist bei dir ein Ziel? D-N-F. 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 Du hast gehackt, Bro. Ich hatte einen Go-Kart oder sowas. Hast du auch einen Go-Kart? Ich schieß. Ich habe gerade einen Go-Kart. Ich gewinne mit dem. Bitte geh aus dem Weg. Er hat es nicht gewinnt. Oh. Weg mit dir. Kann ich dir. Die haben sich beide gegen mich verbunden, Leute. 30 Sekunden. GG. GG's. Das war's, Freunde. Wenn ihr auch noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.